Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Quake 4. Ja, leider ist immer noch derselbe Fehler hier an derselben Stelle. Ich hab's versucht, deswegen cheate ich mich jetzt ganz einfach durch den Raum. Das ist besser als da ständig zu sterben. Wollen wir mal nachgucken. Okay, so, ich sollte jetzt hier nicht mehr sterben können. Hey, ich hab meine Granate gesehen. Was ist das? Aber die Explosion nicht. Wow, was zur Hölle. Was? Okay, dann bleibt mir jetzt noch nichts anderes übrig. Ich bin wieder da. Ich scheitzere jetzt hier nicht mehr. So. Scheint's gewesen zu sein, so. So, da kann ich jetzt Noclip mal ausmachen. Den kann ich auch ausmachen. So. Das war's mit dem Raum. Heh. Ich muss sagen, dass du in der Nähe von dir bist, Corporal Kane. Die Technologie, die du in der Nähe, muss wirklich spektakulär sein müssen. Hä? Glaube ich nicht. Bin nur froh, dass ich endlich hier weg bin. Und ich hab immer noch nicht meine Grafik wieder. Ich will meine Grafik wieder haben. Ich will hoffen, dass du noch einmal Level ankommst. Zack. Also hier ist nichts. Sehr schön. Vorsicht. So, hier hoch. Aber wenigstens haben wir die Stelle jetzt endlich überbrückt. Anderes konnte ich's nicht lösen. Ich hab's versucht. Ich musste mogeln. Weil man kann schlecht spielen, wenn man die Geschosse nicht sehen kann. Hui. Gerade noch so geschafft. Hey. So. So. Immer noch keine Grafik wieder. Es sieht fast so aus, als verschwindet jedes Mal die Partikel-Grafiken oder sowas. Ja, was soll's. So. Hm. Da geht's irgendwo hin. Wow. Wow. Scheiße. Hey, wo bin ich denn hier gelandet? Nein, weg hier. So ein Dreck aber auch. Kommt noch Energie. Schon wieder mal. Ich sag ja, wenn man die Geschosse nicht sehen kann. Ich sollte hier den Sicherheitsbeicherstand anlegen. Ey, lass mich zufrieden. Arschloch. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ich brauche ganz trinkend ein bisschen Energie. Aha, schon gefunden. Nice. War weniger, als ich mir gewünscht habe. Aber was soll's. Oh, es hätten vielleicht wieder ein neuer Speicherstand. Dann könnten wir vielleicht... Ja, neues Level laden. Gott sei Dank. Vielleicht kommt die Grafik dann irgendwann wieder. Ich will zoffen. Das einzig Dumme ist dafür, dass ich das Level... ...alle anderen Level übersprungen habe. Fehlt mir natürlich die ganzen Aufrüstungen der Waffen. Aber was soll's. Man sollte den Boss auch so besiegen können. Ey, meine Grafik ist wieder da. Super. Okay, watch yourself, no doubt. It will be herregarded. Hehe, auch eine lustige Waffe. Los geht's. Oh, Mann. Geh weg von mir. Wow, 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 wow. Vorsichtig. Hab ich gewonnen? Oh, scheiße. Ah, weg hier. Lasst mich doch einfach nur zum Rieden. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Scheiße. Oh, mich hat's erwischt. Oh, mich hat's erwischt. Na toll, ich bin gleich schon tot. Na toll, ich bin gleich schon tot. Was zur Hölle? Na gut. Muss ich die Gebt nochmal fertig machen. Grafik ist da. Grafik ist da. Sehr schön. Jetzt schieß ich dir aber gleich die mächtigste Waffe entgegen, die ich habe. Wow, lass mich zufrieden. Was soll denn das? Ja, los, komm schon. Hopp. Scheiße, was ist denn hier los? Weg, komm, hier. Ja, danke. Irgendwo in der Mitte hat er mich erwischt. Genauer gesagt, nicht er, sondern seine kleinen Freunde. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ach, ruhig, ruhig. Sieht man ja. Die erste Stufe ist ziemlich einfach. Dann werde ich jetzt gemein werden. Dann wird es nicht. Hey, ich kann auch hier. 待ge. Sieht man ja. Oh, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Was zur Hölle? Stärke was. Jetzt stirbt doch endlich. Nein, was zur Hölle? Oh. Ey. Jetzt hätte ich ihn fast erwischt. Unfassbar. Dämliches Gelache. Das geht mir mittlerweile voll auf den Senkel. Das scheint irgendwie eine ähnliche Waffe gegen uns zu sein. Jetzt stirbt doch endlich. Hoppa. Schuss! Schuss! Nein, nachladen, nachladen! Waffe wechseln! Scheiße! Nein, ich hänge irgendwo fest! Ja! Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Sieht so aus, als hätte ich gewonnen. Ah! 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 Ich muss weg hier! Ja, aber wie? Verdammt, ich habe kaum noch Energie! Ah! Ah! Nein, ey! Oh! Jetzt sag bloß, jetzt darf ich alles nochmal neu machen. Oh! Scheiße! Bäh! Das ist gemein! Das ist echt fies! Okay, jetzt aber! Nein, nein, nein! Verdammt! Was ist das? Was ist das? Oh! Mann! Was ist das? Lass mich zufrieden! Weg mit euch! Nein, was zur Hölle? Aaaaaah! 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 Warum? Hinterlistiges, mistiges Arschloch! Warum müssen die Waffen bitte schon so lange brauchen, um nachzuladen? Ich muss die erste Runde irgendwie anders zu Ende bringen mit einem Raketenwerfer, das sollte reichen! Ich hasse den Kerl! Jetzt auf diese Waffe wechseln! Nein, wieso? Geh weg! Geh weg! Nein! Geh weg von mir! Verschwinde! Hä? 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 Geh weg! 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 Weg von mir! Noch mal! Gott verdammt noch mal! Gott verdammt noch mal! Geh weg! Geh weg! Geh weg von mir Meine Fresse Nein, was soll das? Ich fass das einfach nicht, was soll denn der Mist? Okay, ich weiß nicht, ich glaube, ich verdränge schon, wie oft das war Bis du mir das gerade hätte ich es schaffen können Und was passiert? Ich sterbe Ich sterbe Ah Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nach langer Zeit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kaine did an adequate job, executing my plan... Humble to the end, Strauss Kaine's actions have sent the stroke forces into disarray Lieutenant Voss would have been proud of you, buddy You survived the impossible And speaking of that, there is the small matter of the wager I have won Yes, yes sir, what is it? But sir, Kaine just got back Yes sir, don't speak to it Is that alright with you, Kaine? Kaine... You have any orders? I gotta commit to this I can't tell it Es hat endlich durchgeschafft. Wie ist das Spiel? Das Spiel ist gut. Auch wenn ich den engen Kampf ein bisschen unfair finde zwischendurch, zeitweise. Aber es ist ein echt gutes Spiel. Mehr braucht man dazu glaube ich nicht sagen. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber... Das ist echt gut. Ansonsten, was gibt es noch dazu zu sagen? Hätte es nicht so lange gedauert, diese ganzen Probleme aus der Welt zu schaffen. Besonders am Ende musste ich mogeln, weil ich konnte die Geschosse und Raketen ja gar nicht sehen. Sonst hätte ich das nie geschafft. Aber der Rest des Spiels war dann ja relativ gut. Bis auf das eine Mal, wo wieder so eine fiese Stelle war, wo ich auch nichts sehen konnte. Ja gut, das... War es dann jetzt aber... Mit Quack 4 endlich zu Ende. Dann bis zum nächsten Mal. Guten记 ich. Vielen Dank.